Nein, die Bergwoche ist so fach. Ja, ich weiß. Sag einmal Mädel, kannst du überhaupt nicht sehen. Wo ist der Mistkübel? Da. Wo ist der Kaugummi? Da. Wo gehört der Kaugummi hin? Da. Genau. Noch einmal von vorn Mädel und die Hüfter. Schau, ich mach dir sogar das Fenster zu. Wir können jetzt so viel Geld für Filmrequisiten ausgeben, also reiß die Zaun Mädel. Kaugummi klappt bei die Zweite. Nein, die Bergwoche ist so fach. Oh, Scheiße. Bewegen Sie Ihren Lamen, hüten aus dieses Brotnest und filmen Sie weiter. Wir drehen hier einen sehr tollen Film. Der wird von den Händen, der wird nicht von der Stelle gesandt. Und der ist sehr, sehr teuer. 10,18,76, für Dritthaus. Kamera. An. Schauspieler. An. Licht. Nicht erlauben auf die Scheiße jetzt. Kaugummi. Klär, bei der Sechste. Na, die Bergwoche ist so fach. Mel, ich hoffe, es ist doch sechsmal erklärt. Es ist so schwierig, einen Mülleimer zu treffen. Ich muss es demonstrieren. Es wird nicht von der Steuern fliehen. Das Steuern wird aus eigener Stasse. Und es ist schweineteu. Ein Kameramann. Koffeln auf fünf Minuten ab. Es kann doch nichts, dass ein Kaugummi. Ach. 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 Kamera, Klappe, die siebte. Die Bergwoche ist so fad. Kaugummi, Klappe, die vierte. Die Bergwoche ist so fad. Kaugummi, Klappe, die sechste. Ich habe keinen Kaugummi. Kaugummi, Klappe, die sechste. Maugummi, Klappe, die sechste.